Ganz, ganz wichtig, Noas Roller wurde gerade geklaut in Heimatsheim, plus sein Handy, er wurde bedroht und er musste den abgeben. Ich werde jetzt gleich ein Video posten, beziehungsweise ein Foto in meiner Story von dem Roller. Ich möchte, dass ihr das komplett verbreitet, filmt diese Story hier ab und repostet sie. Das kann doch nicht sein, Digga. Ja, Digga, Heimatsheim, irgendwo in Heimatsheim, seine weiße Rocks, Angels Rocks, 50 Kubik, aus dem Video wurde gerade geklaut. 4,44 Euro, denn 4 steht für Leistung. Ui, ein Raudi. Bruder, die guckt sich an, als hätte sie noch nie einen Menschen gesehen. Ja, jala. Holy Memo. Digga, so ein schöner Roller, wirklich. Das ist echt geisteskrank. Digga, dieses Ding hat nicht mal richtig Blinker, Digga, die siehst du nicht. Ey, es macht so Spaß mit diesem Ding. Ui, ui, ui. So, ich halte mal gerade an. Ich sag euch noch was Schönes zu dem Roller. Ich muss ihn kurz mal auf dem Hauptständer machen. Digga hat noch nie gemacht, Hauptständer. Ach, du Scheiße. Also, das ist eine Aerox, der Macher Aerox, 2005 meinte der, glaube ich. Mit dem haben wir auch schon ein Video gedreht. So ein geiles Teil, Digga. Mit Corso Tacho, 67 Grad. Schmeckt, Digga, die Spiegel, keine Frage, die sind hässlich. Aber die hat er jetzt nur vorsichtshalber drauf gemacht. Ja, genau, was gibt es noch? Letztens hat einer gefragt, was das für ein Auspuff ist. Das ist Stage 6 Pro Replica, oder so. Oder so? Ja, ich glaub schon. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall auch eine E-Nummer. Wichtig und richtig. Der ist behindert laut, wie ihr ja schon gehört habt. Und einfach nur saftig, die ist Teil. So, und jetzt fahren wir weiter. Jalla. Hoffentlich, hoffentlich hat der Mann Rhinoski, Digga. Dem Mann, der Kollege, dem hab ich dir einen Zylinder gegeben. Von meiner i-Rocks, den hab ich ja verlost. Das ist der gute Brie. Digga, das ist so ein geiles Teil, Junge. Und meiner wird ja viel krasser, ne? Also, der hat ja 50 Kubik Sport drauf. Ich hab 70 Kubik Sport drauf. Ja, aber ich muss den auch erstmal zum Laufen bringen, ne? Das ist wichtig. Aber bevor wir den ans Laufen bringen, werde ich noch den Rahmen lackieren. Bei einem Zuschauer von mir, ihrem Bruder. Der ist, ähm, was das für eine Scheiße heißt, Airbrusher. Leidenschaftlich. Und der kann das Todesgut. Und dann ist das ja kein Problem, für den so einen Rahmen zu lackieren. Baby! Und der wird Dark Blue Metallic. So viel kann ich euch schon sagen. Das hab ich auch schon in meiner Story gepostet. Du wichst ja. Also, auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden Fall ein sehr geil, dieser Roller. Wuhu! Der ist zu fresh, dieser Roller. Zu fresh. Und ich zeig euch jetzt mal was Schönes. Guck mal. Ich hab den jetzt ausgemacht. Mach ihn jetzt wieder an. Und? Der ist jetzt auf 45 gedrosselt. Ihr werdet es jetzt hören. Guck. Er möchte nicht weiter Gas geben. Der ist jetzt auf 45 gedrosselt. Nur weil ich ihn einmal aus und angemacht habe. Und das ist wirklich ein Traum jedes 15-Jährigen. Ich dachte, du bist einfach gegen mich geklatscht. Nein. Nein, nein. Ich hab's extra gemacht. Dinger, dieser Roller, ich schwör, der ist so geil. So ein geiler Roller. 50 Kubik. Aber das ist deiner, wer? Sei ehrlich. Der Roller ist schon ein Traum jedes 15-Jährigen, oder? Safe. Mit dieser Drossel und so. Das ist schon geil, Alter. Das wollte ich mir auch reinklatschen, aber lohnt sich bei normalen 50 Kubik. Ja, ja. Boah, das arme Reiger. Ich hab einfach so hundeliefer sucht mein Handy. Ach, die Reifen, die halten das aus. Die sind dafür gemacht. Ne? Ach, das muss so. Sagst du, es heißt? Ja, fass an. Fünf Sekunden anfassen, 10 Euro. Komplett so. Scheiße, nein, war ein Witz. Da unten, da unten, da unten. Da unten. Ne, ne, ne. Guck mal, fass mal oben an. Du spürst davon einfach gar nicht. Nein, nein, ich mein. Was ist das für ein Auspuff? Stage 6 pro Replika, oder? Ja. Meinte er. Ja, ja. Aber ich hab doch richtig gesagt eben. Ja, mein Roller ist immer noch zum Teil. Leon hat den auch. Der war auf jeden Fall eine neue Tankdecke. Das ist wirklich gottlos, der Gell. Weiße Farbe. Nein, das kriegst du sauber. Mit magischem Schmutzradierer. Ja, also der Bruder braucht auf jeden Fall noch einen Vario-Deckel, der in blau ist, Alter. Das sieht so scheiße aus. Ja, aber wenn er damit täglich fährt, ist scheiße. Dann wird das alles dreckig da drin. Einfach den blau machen, jalla. Weil das sieht scheiße aus. Sonst gibt's echt nichts zu beklagen. Klar, die Spiegel, aber das ist ja jetzt nur für heute so. Boah, ist ja widerlich, Junge. Ja, richtig geil, ne? Zeig mal den Abdruck. Ja, man sieht ja gar nichts. Doch, hier, hier, hier. Die wollten eben nicht so stand oder so. Mama, volle Lautstärke, Bruder. Digga, die Kassiererin guckt schon richtig. Ey, mach mal No Copyright an, Digga. Ja. 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 Wie heißt vorne? Was ist das hier? Nein, nein, nein. Ja, nein, nein. Nee, nein, nein, nein. Nee, nein, nein. Nee, nein, nein, nein. Nee, nein, nein. Nee, nein, nein. Nee, ne. Nein, nee, nein, 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 nein. Betty hat seine Krepges€UND한! Das war's für heute.